hallo und herzlich willkommen mein name ist crying destiny und heute zocken wir die zombie map zombie energy und mit dabei haben wir ryan zombies la 19 und my dad 98 hallo können wir noch nicht fertig mit schreiben ist mir doch egal mal jetzt haben sie sich eben die mühe gegeben unten unten links dieses bild einzufügen und dann haben sie hier kein load screen ist natürlich fetter minuspunkt total gut durchdacht hat eine fliege gecatcht uh mit dem pokéball ne mit dem meisterball ABOUT THEB AND THE FIVE ich habe ja guckst mir meine fliege gecatcht in kundinnen ich werde ihn blicatieren und eram dann aber am da und da am da am da am da am da am dam da am da am da am da der aus tabi armut、、 armutlardan armutlardan armuttal am auch Lab created by Blazad Lack? Blay's Song is classified Welche Song darfst du playen? 1-1-5 Echt? Hab ich Musik aus? Ja Alter, jeder spielt die Zombies Man kann dir eine Waffe kaufen Aber, man hat keine Ahnung Aber, man hat keine Ahnung Ja, das ist die A14 Ey 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 ey, pass mal auf die Objekte hier oben Ey, das steht ja voll geil oben drüber Ascend from the darkness acquire weapon Escape in der Helikopter Du kannst das auch irgendwie noch im Escape Menü Kannst dir das angucken, also wenn du auf Escape drückst Stehen da noch die ganzen Sachen Hm? Hinter dir ist der letzte Zombie Das finde ich haben sie geil gemacht, dass man das mal nachgucken kann Mhm M14 Dahinten ist glaube ich eine Drago North Soweit ich das hier erkennen kann A Drago North? Ja Die Anfangspiste ist glaube ich ein bisschen über Watt Ja Es geht Ich hab gar nicht mehr geguckt, ob es ein Easter Egg gibt, aber ich glaub nicht Das wird auf jeden Fall ein Endgame Das wird auf jeden Fall ein Endgame Lofi steht fest Ja Puch Einmal für den Leck gehabt Jo Also schön, dass wir alle denselben haben Ähm, auch schon wieder immer wenn man an die Decke guckt irgendwie Dribrizzle, kaufst du auf Ach, wenn du mich schon so lieb fragst Kann ich die zweite aufkaufen Da ist eine Drago North Boah, die ist geil Ja Was gibt's hier so? Hier kann man auch aufkaufen Da ist ein Bowie Knife Hier gibt's eine M-Mack-11 Ja genau Na die ist nicht so prickelnd glaube ich Ich glaube ich auch, wow Der Messer hat, sorry Das tut mir leid Alex, du haust dir die Witze raus, ne? Ja Bin ich schon Interess Alex, möchtest du nicht nochmal dein Prädikat-Witz machen? Ja, soll ich? Nein 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 Soll ich? Ich kann selber noch mal überlegen, wie der ging Ähm Irgendwie, wie fragt man nach einem Prädikat? Mario, Mario Wie fragt man nach einem Prädikat? Ähm Ich will's gar nicht sagen, weil's eh kacke ist und du irgendwas witziges darauf antwortest Hä, äh, in Anführungsstrichen witzig Ähm Ja, was tut man? Nein Jetzt kommt's Kann man Können sie mir bitte das Prädikat geben? Gott Oder irgendwie so Ja, ist ja so gut, Alex Vorhin war der witziger Komm, ich misse die Die M-Mack-11 Ich mach das Oh, ihr habt's aufgekauft Sie fragen wie nach dem Prädikat, wo ist das Prädikat? Bouncing Betty Sarkasse Sarkasse? Kaloron? Halb? Oh mein Gott, oh mein Gott Get down Alter, ich brauch ne Waffe Ja, kauf die M-Mack-11, ist besser als nichts Ha Mal weiß ich nicht, der erste Lippe verdammt geht Ha Mal weiß ich nicht, der erste Lippe verdammt geht Oh Gott Oh Gott Ich muss einfach gucken, was ich so alles auf die Heute-Geht gelegt habe Okay, das war Wartet, wartet, wartet Wer hat die 3000? Hallo? YouTube-Money, das ist Ryan Hallo! Ich, ja Warte Direkt, da wirst du gerufen VHD 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 Was ist hier oben? Okay, vergewaltigen Eine MP5K Einen am Leben lassen Was ist das hier? Max Ammo kann man da kaufen Max Ammo Und hier geht's für 1.5 weiter, ich mach mal Okay, thank you Ich weiß gar nicht, wer hat die Warte Alter Ich hab keine Warte Ich weiß gerade nicht mal mehr, wie man sprintet Oh kacke, Alter, wenn die hier oben spawnen, dann rass ich auch Oh 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 Der einspawnt Der passt Ich pass hier so auf Wer lässt sich reden Oder spawnen die nur oben? Nee, 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 nee Ja, man kann runterfallen Ja, man kann runterfallen Man kann runterfallen Stirbt man dadurch? Hast du's getestet? Ja Also man stirbt nicht Äh, arrogant runter Ja Insta Oh Gott, wer ist da ganz runtergefallen? Ich hab's übergeben Echt? Ja, das ist doch voll geil Ja, aber dann mach ich auch Ich hab sogar noch was Ich hab nen Drop bekommen in der Luft Also als ich auf nen Zombie geschossen hab Oh, Max Ammo Das ist doch nett Oh man Oh man Weißt du, keiner stirbt außer ich Ja Alter, du wirst mir einfach in die Zombies reingesprungen Man landet dann auf der Kiste und deswegen stirbt man nicht Man landet auf der Kiste und deswegen stirbt man nicht Oh Uh Nett, nett Was gibt's hier denn? M16 Lupedown Was? Da sieht's nach Strom aus oder sowas Naja, naja Hier ist Clety Bry Wir gehen noch weiter Hier ist auch Clety Bry Für 2.000 3.000? Alter, warum sind die halt so teuer die Türen? Oh, ich hab mal ne Waffe Hau auf die eine An 16 will ich nicht haben Nein Play Song Gibt's hier noch ne Waffe? Äh, mach mir mal Warte, lass mal kurz den Crawler Muss einmal schnell was machen Huch Huch Ich beeil mich, warte ich bin gleich wieder da Ich muss weg rushen Ey, was machst du denn? Er geht einfach Er geht einfach Er geht einfach Einfach während der Aufnahme Wer geht? Alles klar Er geht? Piss, ich glaub er muss pissen Das glaub ich nicht Nicht während der Aufnahme Hätte er vorher machen können Ey locken wir, lass mal den äh, Zombie zu Chris Locken Ihr könnt töten, ihr könnt töten, ihr könnt töten, ihr könnt töten So Wir wollten grad den Zombie zu dir locken und dich töten Wenn man echt so flawless ist Ach man Nein Mein Vater wollte grad den Schlüssel abholen für Lisas Wohnung Ja Ja Wollten ihr was in die Wohnung reinstellen Ein Bügelbrett Nichts für die Küche Nichts für die Küche, ne Und er, er hat mir, er versucht mich eben anzurufen Dann hab ich schnell mit ihm bei WhatsApp Kontakt aufgenommen Und dann erzählte er mir so Ja, könnt ihr mir eine Schlüssel rausbringen Also eigentlich nicht Wenn er grad gehört, dass er schon im Haus ist Dann hab ich ihn schnell in die Schlüssel gebracht Nicht, dass er hier nochmal ne Aufnahme crasht Also das wär natürlich Abgucken, wenn er crasht So, wie wir jetzt nicht Die Fight Ja, ne Doch, das ist schon Fight war das Ja Guck, mein Vater einfach so rein Ich so am Aufnehmen Ja Und er hält sich irgendwann mit Lisas einfach so Echt jetzt? Ja Juck die nicht Ja, juck die nicht Lisas sagt auch noch so zu ihm Er soll nicht so laut sein Er bleibt trotzdem drin Er spricht einfach weiter Abgehobener Typ Was soll ich auch kaufen? Ähm, die Stromtür will Cool Wo ist ein Strom? Achso Hier 2.000 hast du die, oder? Oh, warum sind die so teuer? Weiß ich nicht Hier ist noch einmal für 2.000 Gehst du dahinter auch lang? Ah, ne das kaufe ich jetzt nicht aus Ich kaufe hier Ja Da sieht nach Strom aus Da ist ein Stromschalter Aber der ist schon umgelegt Habt ihr angemacht schon? Ich hab angemacht ja Ach, da war der Strom Okay, nice Dann kaufe ich bitte erstmal Juggle nach Oh hier ist Kiste Echt? Hier ist Double Tap Ja, bei mir Ich spring hier mal ein bisschen rum Wo denn? In dem Round den ich eben aufgekauft hab Für 2.000 Bei Double? Alex ist auch bei mir Ja, bei Double Tap Oha Oh da gibt's ne M27 in der Kiste Die würde ich unbedingt haben Ja, halt Black Ops-Waffen und ein paar Black Ops 2, steht in der Beschreibung. Aber ich möchte auch an der Küste. Erstmal ein bisschen Punkte machen. Ich krieg Monat of Cocktails. Boah, die Map ist richtig riesig, Alter. Ist da? Oh, nice. Gar. Das ist doch ein Husker. Mann. Ja, da war kein Sound. Nee. Nö, zumindest leuchtet nicht. Geil, ich hab ein G11 bekommen. Weil einer von euch nicht. Da stimmt schon wieder eine Nuke. Hier ist eine Moni. Nehm die nicht. Ja, nicht. Das sollen wir nicht dann wiederbeleben. Beleb mich wieder und dann nehm die Moni. Ach, wir schaffen es nicht. Okay. Wir brauchen erstmal Moni. Wie werf ich denn die nochmal? Oh, das ist eine Nuke, das ist eine Nuke. Ja, komm ich nicht ran. Fuck. Warum schreibe ich? Warum schreibe ich? Scheiße. Ja. Na? Gut, Alex. Gut, Alex. Ich bin reingerannt. Ja, ja. Aber ich wurde zurückgehalten. Ich hole mir erstmal Jug. Ich geh nochmal kiste. Ich will keine G11, Mann. Ja, ohne G11 halt. Habt ihr noch ein Zombie? Ich will mir Jugger nur kaufen. Hä, mein ist gar Hot Sound. Leg dich irgendwo hin. Das gibt nur 20 Punkte. Oh, Mann. Wenn ich hier gleich draufgehe, ne? Ich kriege nur diese Pixelwaffen. Gehe Waffen. Die mehr geil. Ich war fast ganz runtergesprungen. Oh, nur fast. Mare, dann wär's ja rot gewesen. Oh, Galil. Jo, die hat 20 zu 200. Schuss oder was? Geil. Was soll ich sterben, Alter? So, meine Maks. Nein! Das war's wohl mit Flawless. Dafür ist der aber, glaube ich, schlechter als die M19 hat. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Oh, schade. Nur weil die Mk... ... genau in dem Moment... Das ist weg, du. Ferk-Symbol sieht sehr gut aus. Insta, Insta. Was sieht gut aus? Ferk-Symbol von Juggernaut. Ja. Ich glaub gar nicht. YOLO. Erstmal... Erstmal Kiste gehen. Ja, kacke Teddy. Alter, die schlagen einen hier. Verdammt schnell. Ja, aber dafür hast du einen 5-Hits-Jug. Ja, das hat man sonst auch immer. Ähm, nee. Nur wenn man's gefixt hat. Kauf mal auf nach oben, gell. Mit der Stromtür. Ja, nur wenn man's gefixt hat. Ja, mach das. Alter. Ich messer den, er verliert seinen Kopf und er läuft weiter. Was ist das denn für ein Bug? Kann nicht sein, ist ein Bug. Jetzt beschützen. Ja, ich versuch's. Ah, ich bin da. Ich messer jetzt keine Zombies mehr, Alter. Schon wieder. Was ist denn da? Was ist hier los, Mann? Oh, oh. Oh Gott. Wie sieht's denn hier aus? Ganz schön unordentlich. Oh, hier kommen wir noch weiter. Gott, ist das groß, Alter. Aber richtig, Mann. Ich find mich hier gar nicht zurecht, glaub ich. Hey, wie seid ihr nach oben gekommen? Hey, wo kann man hier denn aufkaufen? Ja, wir können wir noch weiter hoch, Alter. Ja. Kann man hier auch noch aufkaufen, Alex? Nee, ne? Warte, ich komm hier grad runter. Wo seid ihr? Da ist aber ein Pfeil. Das musst du's beleuten. Nee, schon. Granate. Hey, ihr seid in der falschen Richtung gerade auf. Und hinten bin ich. Alter, willst du mal eine Granate machen? Das sieht richtig nice aus. Hä, was soll der Raum hier bringen, Mann? Man kann ja nirgendwo aufkaufen. Ah, doch, hier. Erstmal die Tür gleich aufkaufen, Alex. Welche? Die hinter uns. Soll ich? Ich glaub, ja. Nee, noch ein bisschen chillen. Kann man ganz gut aushalten, glaub ich. Das ist so riesig, Alter. Das ist echt, echt heftig. Ich hab mich schon gefragt, warum die Maps so viel MB hat. Nein. Oh, Mann. Alter, ist das nirgendwo. Oh, Alex, was auch? Bist du Jug? Ja. Ja, nice. Warte. Bei der. Oh Gott. Abgehoben, Alter. Nee, die sind aber echt aggressiv, die Zombies. Sind sie. Die halten Runner. Die halten, das stimmt, die halten richtig fest, Alter. Das ist richtig krass. Mhm. Ich bin auch gleich erstmal Jug. Es ist Double-Tips? Ja, es ist Double-Tips. Hey, Mann. Alles kannst du aufkaufen. Ich glaube, ich hab 2.0. Wisst ihr das? Ich mach mal Double-Tips. Äh, nö, wissen wir nicht. Ich glaub, ich kauf mir das aber trotzdem. So, erstmal Jug holen. Das ist Beauty of Anilation. Beauty of Anilation. Beauty of Anilation. Ist doch schön. Die one. Seid jetzt noch. Achso, du hast weiter oben aufgekauft, ne? Ich hab gerade noch mal weiter oben aufgekauft. Alles brauchst du? Ach, du Kacke. Ne, wie gehen wir denn nach oben? Gehen wir dann noch oben. Sicher? Ah, hier ist ein Dach. Oh mein Gott. Ein Dach? Ach, da ist das Klappe. Ah, du kannst ja aber nirgendwo hin, oder? Oh Gott, ich kann auch noch ein paar Punkte machen. Heftig. Da kann nirgendwo hin. Ne, noch nicht. Was gibt's hier auf dem Boden? Hier ist ein Hebel. Ganz oben. Ah, das ist doch das Endgame. Wenn wir da noch mit einem Hebel abkaufen. Ja, ich denk mal. Ich geh davon aus. Ich helle da schon irgendwie was? 15.000. Und activate der Helikopterdor. 15.000, also ich glaub, das ist es noch nicht. Ja, aber das ist ja nur die Tür. Ich denk mal. Ja, ich kann noch sagen. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaub auch nicht, dass es nur 15.000 ist, weil das machst du relativ schnell. Scheiße, ich hab keine Waffen. Was, was, was? Warte, warte, ich bin auch da. Was los? Werden die hochrauben. Es sind die Hebel in der Treppe drin. Also die halten einen so fest, ne? Das ist das für ne Waffe. Hier kannst du einen Moni kaufen für 2.000. Ja, ja, mach ich mal. Alles, das ist hier da mit der Gold? Ne. Die Kiste noch da. Ach du Scheiße, ich muss mir das auch kaufen, ey. Ne. Oh, wer hat die Kiste denn leer gekauft hier? Ich. Meinst du da in dem Stromraum? Ja. Ja, das war ich. Heftig, Alter. Oh, ja, ich glaub, das ist W2.5.0. Ich stehe mir aus, nicht schnell. Oh, ja, ich spawne welche. Ist W2.5.0, ne? Ja, das ist richtig, Alter. Hier ist Moni. Ja, nice, ne? Gerade, wo ich mir Moni gekauft hab, für 2.000, ne? Ja, bei mir genauso. Ich will hier runter. Geh weg. Geh du doch weg, Mann. Ey, was ist schierend? Keiner will mich. Ey, was bringt, was bringt das hier eigentlich? Keine Ahnung, aber ich verpiss mich da ganz schnell. Das ist da echt gefährlich. Vielleicht wäre die Idee nicht. Warten wir unten noch für Blödsinn. Wenn, wenn bei Insta verlieren die nur ihren Kopf, dann kann er 8 Perms kaufen. Das ist richtig behindert. Ey, wir müssen doch irgendwo noch aufkaufen können. Ja, unten gibt es auch noch Türen und so, oder nicht? Nein, ich meins hier in der Etage, wo wir hier sind. Weil hier ist eine Tür, kann ich mich aufkaufen. Können wir wegspringen? Ah, das ist ja... Wie viel Geld hast du? Kauf mal auf, ihr glaubst du. Ah, kannst du... Oh. Es ist drin. Okay, es ist drin. Komm erst mal zu euch nach unten wieder. Hier ist eine Steakout. Wir gucken, was wir wegspringen. Fahrstuhl. Ein Fahrstuhl? Hier ist die Kiste. Ja. Ja. Hey, wo seid ihr? Oh, es gibt eine AKU. Oh, yeah. Das ist gut. Break on. Mein Gott, die ist ja wirklich... Oh Gott, wie ein Krux. Ja, das ist richtig heftig. Fuck, man. Wenn deine Daumen... Ja, kann man nicht lang. Ja, ich wollte gerade sagen, wir müssen eigentlich voll nah aneinander bleiben, alle. Oh, M27. Nice. Hi. Oh, Küste. Oh, hier geht's ja noch weiter. Katsache, hier geht's noch weiter. Ich kaufe mal weiter auf. Ist das heftig, Alter. Wo ist der Map? Ja, und hier geht's noch mal weiter. Wahrscheinlich. Wir haben bestimmt auch noch was übersehen. Ey, die laufen ohne Kopf voll lange noch weiter. Schon voll übertrieben. Money. Nice. Kannst du Max Ammo kaufen noch mal? Scheiße, ey. Zum Glück gibt's hier kein Easter Egg mit irgendwie was abzusuchen, Sachen finden oder so. Hm. Wir haben mehr als übertrieben. Wir würden sterben, ey. Schönen, schön, schön ist es hier auf jeden Fall. Komm, wir weiter. Oder geht's nicht? Ich frage mich, wie lange der Typ an der Map gesessen hat. Lange. Komm, einmal gehst du noch. Hinten wir uns. Nein! Hier ist die Auge. Oh, nice. An der Wand, oder was? Ja. Krass. Hintet ihr? Kann man alle Auge? Kann man Auge kaufen, oder gibt's nur so viele? Ähm, ich glaube, man kann acht Pucks kaufen. Habt ihr jetzt schon Double Tap gekauft? Ja, jetzt darf ich ein iPhone nehmen. Ja, okay, dann kaufe ich mir das auch mal. Okay, das ist mal einer im Leben. Kann er auch kaufen. Mann. Ah, ich hoffe, ich hört keiner. Hm. Wo seid ihr denn jetzt alle? Nein, das ist so schlecht, ne? Hm? Der ist so schlecht, der... ...bruch da. Hm. Ja, komm, sind wir jetzt hier einmal im Kreis gelaufen, oder was? Alter, ich würde den Map machen, mich verrückt. Chris? Wo seid ihr? Ja. Wir sind hier, glaube ich, einmal im Kreis gelaufen, jetzt kommen wir gleich wieder über der Treppe raus. Haben wir schon mal den Chuck gehabt hier, oder? Ach doch, doch, der Tisch, ja, doch. Ja. Ja, das ist ein Kreis. Hä? Wenn wir jetzt den Tisch hier aufkaufen, dann haben wir einen Kreis. Kann den nicht aufkaufen, warum könnt ihr den aufkaufen? Ja. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Bei Jack. Tap dich. Okay, so langsam kriege ich einen Überblick. Wo war Double Tap? War unten eigentlich noch was zum Aufkaufen? Ich hab die Cola gefunden. Echt? Ja, eigentlich bin ich glücklich am Anfang.